So und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X 2. Beim letzten Mal wollte ich ja erneut auf die Gaga-Seitbergspitze, aber das Spiel sagt nein, darum ist ein Sturm, kommst nicht hoch. Und dann haben wir weiterhin versucht, eine Donnerstelle mit die Tower zu kalibrieren. Am letzten Tower habe ich ja gesagt, dass das Spiel von mir wollte, dass ich Page Down drücke. Ne, das ist mein Hotkey zum Aufnahme beenden. Und dann probiere ich die Tasten durch, weil ich sehe, okay, da ist noch eine weitere Tasten mit Pfeilen nach unten und es hat auch als Page Down funktioniert, aber auch das hat als Hotkey für Aufnahme beenden gezählt und hoppala, da habe ich die Aufnahme beendet. Also das probiere ich in Kapitel 3 wirklich nochmal, aber gut, dass wir immerhin schon mal 9 der 10 Tower alles erledigt haben. Und jetzt habe ich das eigentlich schon alles komplett erledigt. Moment, ich gucke kurz meine Dings hier. Bambadambam, die Kostüms für Ruinen sollte ich alle haben. So, und die Kostüms für dieses Kapitel auch alle. Also es gibt keinen Grund, warum ich nicht weitermachen sollte. Ich glaube, abgegras hatte ich auch alles. Von daher, jo, kann ich eigentlich Gwadus haben auseinandernehmen. Interessant, dass es immer noch als Zwei-Stern-Schläger angezeigt wird. Na gut, auf in die Wälder Leblanc. So, nochmal eine Runde speichern. So, man lasse uns bitte rein. Oh, was hast du zu sagen? Ich hoffe, das funktioniert. Ne? Okay, gut. Wörter, nachdem wir getroffen werden. Okie dokie, lass uns verändern. Let's exchange. Let's exchange. Jo, auf geht's. Wir haben lange genug darauf hingearbeitet, ja? Wie du mir, so ich dir, steh ich in wieder Leblanc hinein und hol den Zwerin zurück. Oh, yeah. Hm? Reportieren für Dutys. Pff. Danke. Hahaha. Geil. Hallo, alte Simo Willer. Not. Was läuft? Wie genau hat Leblanc? Wir haben die Sphäruiden doch zurückgegeben an die Liga, äh, an Jebern. Oh, wie lange müssen wir entfernt sein? Diese Tage ohne dich sind nicht leicht auf mich, Liebe. Irgendwas von Bedeutung hier? Irgendwas in dieser Festsaal. Es ist immer noch eins zu eins dasselbe. Der Boss ist eine andere Wälder, wenn dieser Nudge-Geräusche kommt. Ja, der Nudge. Sie verpressen ihren natürlichen Charme und acten wie ein Hauswälder. Sie muss intensiv sein. Du, gehst in der Bosses-Kambe und steig auf deine Fahnen. Was machst du das? Du weißt, benutze deine Talente, um zu helfen, äh, zu weinen. Normalerweise ist dieser Yuna-Lauf ja immer so ein bisschen memehaft gewesen, aber dass sie auch so rennen können, das sieht dann nochmal beschissen aus. Ach ja, das übliche, halt euch ran. Ja, Alter, das übliche. So, gleich kommt ein weiteres richtig schön behindertes Minigame. Oh, das hat einfach eine Nudge-Geräusche hier. Ich raste aus. Ist das klasse. Wup%, Wup%, Wup%. Wup%, 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 Wup%. Wap%, Wup%. Hat Notschichtnach��� nicht genug massiert oder was? Massage für LeBlanc. Achte auf LeBlancs Reaktion. Gib eine andere Massage. LeBlanc soll zufrieden sein. Massage Bedienung. Stelle wählen und massieren ist auf E. Anzahl 15. Zufrieden 32. Okay. Dann vielleicht dort. Du hast den falschen Platz. Stopp das. Du bist gut. Woher schaffst du das nicht? Das ist schön. Au! Wieso darf ich da nicht eh drücken? Ich darf da oben nicht eh drücken. Hallo! Wieso darf ich da oben nicht eh drücken? Hä? Ähm. Oh. Oh. Du hast den falschen Platz. Stopp das. Was? Ja. Ich darf nicht weh... also eine Kombination aus den Tasten drücken. Ja. Das habe ich verkackt, ne? Oh. Das Mini-Game ist gescheitert. Oh. 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 Das ist sehr gewann. Oh. 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 Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wann hast du so gut gemacht? Ich weiß nicht. Oh, ja, das ist das Problem da. Ja, nicht zuhör. Nuji Wuji ist so ein männlicher Mann, nicht wahr? Du kannst blöd sein, aber das macht den ökologischen Lüge immer mehr irresistbar. Oh. Das wunderschöne Lüge. Das ist der ganze Grund, warum ich ein Sphäre-Hunter geworden bin. Oh, nur um ihm zu helfen. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Ist das gut? Der Boss fährt wieder ins Bett. Ein Massage und sie ist raus wie ein Licht. Wir haben auch schon erwartet, weil sie etwas wichtiges zu erzählen hat. Wir müssen nur noch warten warten. In der Zwischenzeit. Du. Mach sicher, dass das Switch-Panel funktioniert. Äh... Switch? Die hinterfragen aber auch gar nicht. Ist es zu klasse. Darf ich noch ein bisschen Nutsch anhimmeln? Nein? Schade. Ja. Hätte ich extrem lustig gefunden. Was läuft? So, die Falle ist mit der Massage. Gut gemacht. Jo. Natürlich. Na gut, probieren wir mal aus, ob der Schalter noch funktioniert. Das ist ja anscheinend ein sehr wichtiger Schalter. Und das soll das Wohnzimmer sein? Uh-huh. Ähm. Was macht es? Huh? Das ist es? Was ist eine Verletzung. Okay. Wissen Idee war das? Rate mal. Das ist Simos Bude. Das hier ist Simos Bude, Rico. Da weißt du Bescheid. Was ist das? Was tut sie? Also, Simo hat hier noch seinen kleinen Geheimkomplex, sozusagen. Das ist Bruder. Wie geht es? Geh ruhig. Das ist eine kurze Operation. Über und aus. Ah, Riku! Wie darfst du mit deinem Liedern sprechen? Oh, schau dich schon! Ja, herzlichen Glückwunsch. Bruderchen, du hast es geschafft. Ah, die Gullwings! Wollte ihn noch mal aufs Maul haben. Ich habe euch in dem Kapitel und die letzten zwei Folgen schon jetzt insgesamt zwei bis dreimal besiegt. Also, irgendwann muss es auch immer gut sein. Dafür, dass ich immer noch nichts können. Ah, na gut. Was man nicht alles macht. Ey, ey! Wow! So, da will er heute wohl nicht sterben. X-Pose schon wieder. Und ich dachte schon, das Geld war sinnvolles. So, jetzt zieht sie ab. Wow, wow, wow! Bruh, 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 bruh! Wow, wow, wow! Pose schon nachkragen. Und ob das für irgendwas wert ist. Man weiß es nicht. Oh, ich weiß, es wäre ruhig. Nur für mich. Dankeschön. Das wäre aber nicht nötig gewesen. So, wir haben bis zu 39% Completion. Nicht schlecht. So, was läuft hier? Oh! Das ist also Leblancs geheimliche Kammer, so wie es aussieht. Und wir haben das für Hormone Nummer 5 bekommen. Okay. Das nehme ich einfach mal so hin. So, dort ist das Ziel, aber... Oh! Oh! Nö! Ich will jetzt noch nicht betätigen, oder will ich es doch? Hm. Dahinter geht es noch weiter. So, es braucht drei Schalter. Naja, zwei habe ich ja schon gefunden. Moment mal. Da oben. Da muss ich irgendwie hin. So, na gut. Ich muss meinen einen hier anmachen. Ist schon betätigt. Aha. Ist schon betätigt. Hä? Ist schon betätigt. Okay. Ich glaube, ich muss doch erstmal hier rein. Oder? Was ist auf der Seite noch? Irgendwas? Irgendwas? Nee. Gut. Dann, äh... Jo. Hier rein. Ich weiß nicht. Wir sind hier pinnen Ormus und Logi. Nee. Er, äh... Ormus und Logi. So, was haben wir hier? Hey, das ist nicht die Sphäre, die sie gebrochen haben, ist es? Popo, es wäre ruhig, hoffe ich. Lass uns das sehen. Total Survivor der finalen Crimson Squad Selektion. Übersetzung, Serum, Zilch und Zippball. Arbeit gemacht! Ah, du Pinn-Head, hast du sogar noch geklärt? Schau, es sind Körper, die verloren sind. Es sollte drei weitere Kandidaten sein und ein Rekordner sein. Ah, dein Punkt? 3 plus 1 macht... ...wie viele? 4 noch leben. Verkauf es. Ah, du sagst es. Habt ihr etwas gesagt? Nein, Herr. Verkauf ihn nicht. Okay, Logos und Ormi waren bei einer Aktion beteiligt, wo ein paar Leute krepiert sind und vier haben überlebt. Okay. Das ist eine bisschen längere Version von dem Popo-Sahori, den wir schon mal geguckt haben. Das ist keine Niete-Pain. Nur die kräftige Mädchen würden durch andere Menschenbetträume schrauben. Was ist denn du? Du bist diejenigen, die in unseren Flugzeugen aufbauen. Die Bossen-Order sind genug verpflichtet. Oh, und es sollt ihr schon wieder bekämpfen. Junge... Da sind da wohl wirklich unspektakulärsten Kämpfe jemals. Oh mein Gott. Bitte erledigt dich schnell. Bitte, bitte, bitte. Nein, es war keine Überraschung. Rudisches Roulette? Ja, bitte bring dich selbst um. Oh, er hat uns verflucht. Großartig. Ich wollte sowieso nicht switchen. Zum wievielten Mal verprügeln wir jetzt schon zum vierten Mal? Oh, super Schleuder. Krank. Und der Einzige, die nie kämpft hat in diesem Kapitel, ist der Blanc. Auch klasse. Oh, daneben? Okay. Oh, Medica. Ich fühle mich glücklich. Punk. Punk. Junge. Wurde ich jetzt Roulette? Bring dich um, bring dich um. Oh, junge Gift. Bring dir auch nichts mehr. Wow, wow, wow. So, aber fertig. Fertig bin ich doch hier noch nicht, oder? Schutzschleiermuster. Sicherheitsvorrichtung wird ausgelöst. Sicherheitsvorrichtung wird ausgelöst. Oh, yeah. Das heißt, da wo ich gerade eben schon war. Darf ich jetzt nochmal hin? So, also ich aktiviere das Ding nochmal. So. Nummer 1. Jetzt. Aber da oben muss ich doch auch ein wenig kommen. Da oben muss auch noch was sein. So, das ist der dritte. Ah. Sowas habe ich schon befürchtet. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Und ich dachte schon, ich könnte das Ding nutzen, ne? Um genau das zu machen. Okay. Ich dachte, man könnte auf das Ding hochspringen und dann hier hochspringen, aber man siehe da muss ich vom Ding einmal fangen lassen. Auch gut. Brrr. Das heißt, Logos und Ollen müssen das auch jedes Mal machen, wenn die das Ding deaktivieren wollen. Einfach nur klasse. So, öffnen. Es dürfte ja jetzt sicher sein. Oh. Oh. Und dann siehe da. Das schwere Speichers, Veroid. So. Erreichen wir 20 Minuten nach den nächsten paar Sekunden? Nein, es sieht nicht so aus. Okay. Dann auf auf. Letzte Kammer. Ja, aufteilen. Aufteilen ist mal eine gute Idee. Und keine Blond, die kommt, um uns davon abzuhalten. Das wäre ja mal ein absoluter Traum. Ich habe es gefunden. 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 Warum würden sie beurteilen die Hälfte von einer Spheer verbrechen? Natürlich. Sie hatten bereits die Hälfte. Sehr gut, Logos. Ich habe es dir viele Probleme bei diesen Teilen. Alles für Noji-Wuji. Alter. Und zum fünften Mal für dieses Kapitel. Macht es Spaß. Ich glaube, ich hätte die Animation nicht auf Schnee gestellt. Hätte ich vielleicht machen sollen. Aber ich will diesen Kampf jetzt so schnell wie es geht beenden. Ja, kein Bock mehr. Das kann es ja kein Mann tun. So habe ich jetzt mal alle beklaut. Das sieht so aus. Mini-Abwehr. Ja. Das heißt, es ist halt nicht sinnlos mehr aus. Ja, geht uns kein Alters. Das habe ich auch schon gemerkt, Yuna. Oh, ja. Ach. Regen haben die jetzt auch, ne? Na ja, auch ein Glückwunsch. Immun. Was? Was wird denn das jetzt? Adios Sturm. Okay. Okay. Nice. Alter, jetzt halten die ewig aus. So. Irgendwann einer schon mal tot. Potion Mom. Keine Potion Mom. Wir glauben, du bist im Hass. Alter. Ist die Mini-Abwehr jetzt ganz sehr aktiv? Oh ja. Oh ja. Aber ich einfach über Items. Aus dem weißen Magie müsste ich da so oder so trotzdem können. Ich drücke einfach jedem, jedem schnellen Biet da rein. So. Oh, ist doch jeder blind. Wenn das nicht hervorragend ist. Das heißt, da war auch noch Augentropfen Spam. Oh yeah. Augentropfen für jeden. Damit ich auch treffe. Der Blanc muss jetzt einfach noch nur rumnerven. Russisches Roulette. Oh, stimmt. Gut, dass ich bei Items halte. Granny Reads geht auch noch mal weiter. Große. Get your act together! Zkeeping schon gut! Da ты kriegst auch bald mal wieder angreißt. Putin Mund. Ach, man muss sehr gut. Augentropfenrunde ich's flashlight werden muss. Zum deutrat ist doch sowieso niemanden getroffen. So, jawohl, gerippt. Und ich schmeiß nicht den eigenen Bruder raus. Niemand wird dich schreien, von unten. hier und lässt uns angucken so darf ich jetzt noch die schätze ja abholen oder das spiel einfach nein kopfband monster schreck kommt er das verruhiert okay danke okay ich hatte doch recht der blanke hat den spharioiden gestohlen weil sie damit komplett machen kann und nur sich angucken kann was da drauf ist und ganz zufällig sieht man hier die location von weg nach on dass ein bewältet das habe ich ja schon gewusst aber schätze man nun schweiß ich jetzt auch wir haben auch über 1000 jahre mit solchen marken als weggekommen sind einfach nur das ist der kolossus weggekommen wir haben uns über die schweißen des spharioiden wir haben uns über die schweißen die schweißen sind wir haben uns über die schweißen unter dem bevel ich sehe bevel hat nicht über die schweißen alten für die schweißen Genau. Die Yevon-Skomme haben diese Wehren allgemein geschehen. Wenn jemand diese Sache benutzt, dann ist Spira's für fertig. Aber es ist eine Machina! Alles, was wir tun müssen, ist, dass wir unseren Weg nach unten und es entfernen! Das ist was Nucci hat. Und natürlich, was er planen, ist was ich planen. Was ist mit dir? Ich? Der Summoner, der gegen Sin hat, sollte Spira wieder aufstehen. Hm. Also, dann kann ich sie nach unten gehen. Wir warten für dich. Warten wo? Nicht schuldig, Liebe. Auf deinem Flugzeug, natürlich. Ich wollte immer auf diese Sache nehmen. Habt ihr schon gehört, was zu fragen? Das ist so geil, aber das ganze zweite Kapitel eigentlich trivial gewesen. Als es wäre... Als es hätte Leblanc und Nucci machen müssen, wäre uns einzuweinen. Der eterliche Klamm. Ich glaubte wirklich, dass es für immer dauern würde. Bis jetzt. Ich habe das Gefühl, wie fragil es könnte sein. Bis hierhin speichern, ja unbedingt. Die Schätze darf ich mir anscheinlich abholen. So, aber dann würde ich sagen, dass hier ein guter Zeitpunkt ist, um zu speichern. Und mal gucken, was die nächste Folge dann für uns bereithält. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.